Vernunft. Wichtiger denn je. Als Frage genauso wie als Ausrufersatz. Die Vernunft. Ist sie wichtiger denn je oder wichtiger denn je? Und ich würde sagen, das Vernünftige als Abwägung, als Balance, als Ausgleich, als Weitsicht, als Umsicht, als Durchblick, als Erkenntnis ist etwas Wichtiges. Und es ist für uns als Menschen tatsächlich eine starke Herausforderung, immer wieder oder dann und wann vernünftig zu sein, bei aller Unvernunft, die vielleicht vorher stattgefunden hat, oder die immer wieder droht, vorhanden zu sein und da zu sein. Dieses darauf hinweisen, Achtung, wir müssen vernünftig sein, vernünftig handeln. Und Vernunft ist oft so eine Art von Überposition, von Überblick, von Metaposition, von Meta-Handlung auch, Verhaltensweisen. Vernünftig zu sein. Nicht einseitig involviert zu sein, einseitig fixiert zu sein, besessen zu sein, paranoid zu sein, verrückt zu sein und in Einseitigkeiten abzudriften und die immer wieder zu bedienen und zu triggern und all das, sondern vernünftig zu sein. Ruhiger zu werden, gelassener zu sein, zu beobachten, nicht gleich in einen blinden Aktionismus zu fallen, sondern wohlüberlegt zu handeln. Wohlüberlegt, das ist ein schöner Ausdruck. Wir bemerken etwas, wir sind getriggert, wir reagieren im Affekt und dann kriegen wir wieder einen bestimmten Abstand hinein und wir schlafen drüber, wir vergessen das oder wir schieben es zur Seite, wir verdrängen das. Und tatsächlich, nach einiger Zeit, früher oder später, werden wir dadurch vernünftiger. Einfach nur durch diese Haltung. Ich war drin, ich war engagiert, ich habe mich da eingelassen, ich war entsetzt oder ich war euphorisiert. Ich war total angetan und hyperverliebt. Und dann kommt ein Abstand rein, und es kommen andere Umstände rein im Sinne eines Ausgleiches oder in dem Sinne, was gibt es noch, was ist noch vorhanden. Und daraus entsteht oder daraus resultiert dann letztendlich eine Vernunft, eine gewisse Nüchternheit. Und Nüchternheit bedeutet ja nicht, dass ich dann nur noch etwas vollkommen nüchtern sehe und keine Freude mehr am Leben habe oder keine Schwingungsfähigkeit mehr da ist, sondern ich sehe einfach mehr. Ich sehe einen stärkeren Ausgleich. Ich blicke die Dinge quasi von einer höheren Warte aus, von einer höheren oder umfassenderen Position aus. Das ist Vernunft. Und das hat mit Vernunft zu tun. Vernunft ist also eine Abwägung. Vernunft ist oft ein Mittelweg, eine Mittelung. Die Mitte fühlt sich gut an. Ich finde diesen Ausdruck sehr interessant. Die Mitte fühlt sich gut an. Wir kennen in der Statistik die sogenannte Standard-Normalverteilung, diese gaussische Kurve. Das heißt also, das, was am meisten verteilt ist, ist am häufigsten vorhanden. Und das ist eben zum Beispiel dann der Mittelwert. Egal, ob wir Intelligenz messen oder etwas anderes darstellen. Das ist der Mainstream. Menschen befinden sich immer wieder auf diesem Höhepunkt dieser Welle in der Standard-Normalverteilung, die es am meisten verteilt. Und da können wir sagen, mathematisch gesehen, statistisch gesehen, ist es eben dann ein Vernunftwegs, etwas Vernünftiges an Maß. Während die anderen Teile dieser Kurve, also die dann nach links oder nach rechts abfallen, in dieser gaussischen Kurve, eben Extremwerte, eher Extremwerte darstellen. Und die nicht unbedingt vernünftig sein müssen. Also Vernunft, deswegen gibt es meinetwegen politische Parteien, wenn wir da ein Beispiel bringen, die sagen, wir sind so eine Mittelpartei und wir sind die Mitte in einer Demokratie und sitzen dann vielleicht auch im Parlament genau in der Mitte. Und das hat etwas mit Vernunft zu tun. Mit einer Position. Ich nehme Teil an dem einen, an dem anderen, aber ich gehe nicht in Extremwerte hinein. Ich bin nicht radikal. Und ich bin nicht absolut in der Forderung, sondern ich merke, aha, es gibt diese Dinge und es gibt jene Dinge. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Es gibt etwas, was dafür spricht und dagegen spricht. Und dann sind wir mitten in der Dialektik drin. Und eine Dialektik ist durchaus auch etwas Vernünftiges, weil sie abwägt zwischen dem einen und dem anderen. Wie gesagt, im Extremfall Extremwerte, die geschehen, wo man vielleicht die starke affektive Tendenz hat, etwas sehr absolut zu sehen oder als Wahrheit zu begründen und die Möglichkeiten so darzustellen. Aber wir merken, es ist es nicht. Es ist nicht alles. Da gibt es noch etwas anderes. Das hat zum Beispiel dann auch sehr schnell mit Gewissenhaftigkeit zu tun. Vernünftig zu sein. Immer wieder vernünftig zu werden. Zu sich zu kommen. Zentriert zu sein. Gelassener zu werden. Ruhiger zu werden. Nicht zu tun. Ich habe schon sehr oft, wie in gewissen, in meinen Audios auf das Nicht-Tun, dessen wir uns oft gar nicht bewusst sind als Menschen, sondern das betrachten wir dann als Faulenzen oder nur Schlafen. Achtung, nur Schlafen oder nur Ruhen. Aber wir bemerken gar nicht, dass das ein wichtiger Bewusstseinszustand ist, den wir brauchen, um überhaupt zu leben. Und das hat zum Beispiel dann auch sehr schnell mit Vernunft zu tun. um sich eben nicht zu überarbeiten, nicht einseitig zu engagieren, nicht anankastisch zu werden, also zwanghaft zu werden oder zu denken, so ich muss es absolut richtig machen und all das. Vernunft ist also ein generelles Kalkül dessen, was wir noch in Betracht ziehen können und was wir noch in Betracht ziehen müssen, um eben ein ausgeglichenes Leben, einen Balanceakt entstehen lassen zu können. Es ist ja immer wieder eine Herausforderung im menschlichen Leben, einen Ausgleich zu finden, einen vernünftigen Ausgleich tatsächlich entstehen lassen zu können. Das ist ein Grund, warum meinetwegen Verhaltensorientiertheiten in der Verhaltenstherapie, in der kognitiven Verhaltenstherapie so interessant sind, weil es da um ganz pragmatische Gestaltungen unseres Lebens geht, ganz alltagspragmatische Gestaltungen in dem Sinne des Ausgleichs, um vernünftig zu werden und nicht ewig nachzusinnen, was sagt mir denn der Traum? Und ich will unbedingt eine Traumbotschaft haben, wenn wir jetzt den Sprung in die Tiefenpsychologie hinein machen, die sich natürlich damit beschäftigt, was uns in Träumen so bewegt. Aber das kann eben auch sehr schnell ein Irrläufer werden oder einseitig werden. Dann achte ich nur noch auf Traumbotschaften und merke gar nicht mehr, dass ich meinen Alltag in ganz simplen Verhaltensweisen einfach strukturieren kann und gestalten kann und dadurch wesentlich mehr Erlösung oder nicht mehr Problematik erfahre, als eben nur der Einseitigkeit hinterher zu sein. Also im Sinne des vernünftigen Ausgleichs, im Sinne einer Integration. Das ist ja auch sehr vernünftig. Auf der anderen Seite brauchen wir auch, um das nicht stehen zu lassen oder außer Acht zu lassen, das Unvernünftige in unserem Leben. Wir müssen immer wieder chaotisch sein, unvernünftig sein, nicht berechenbar sein, sogenannt unstrukturiert sein, um das Vernünftige wieder erfahren zu können, also da wieder zurückkommen zu können oder eben neue Dinge zu entdecken. Das ist ja auch ein Sinn der Unvernunft. Das heißt, auch das gibt es in beiderlei Maß. Und es gibt Lebensperioden im Leben, die sind ausgesprochen unvernünftig, wo man gegen jegliche Vernunft gehandelt hat, also meinetwegen auch in den natürlichen Entwicklungsphasen einer Pubertät oder einer Aufsässigkeit, eines Widerstandes, den man einfach so hatte und da wollte man seine Erfahrungen sammeln. Das war wichtig. Und da ist man eben in die andere Richtung gegangen. Glücklicherweise ist da nichts Schlimmes passiert. Man hat wieder zurückgefunden zur Vernunft, meinetwegen. Das kann man oft bei Menschen bemerken, die unvernünftig gesoffen haben, gekifft haben oder sonstige Handlungen gemacht haben, die sie schädigen und andere Menschen schädigen und meinetwegen auch kriminell wurden oder sowas vorübergehend, die dann aber rehabilitiert wurden und wieder zu einer Vernunft zurückgefunden haben. Also die Vernunft als Grundsatz in unserem Leben, darum geht es hier, sich darüber im Klaren zu sein und das auch zu lehren und zu belehren und mitzuteilen in einer Pädagogik, in einer Erziehung, in einer Persönlichkeitsentwicklung, in einer Begleitung. Was ist das vernünftige Maß im Leben? Der Ausgleich tatsächlich, das Betrachten der Hintergründigkeit der Umstände, die Bewusstseinsbildung, die Erkenntnishaftigkeit und all das. Vernunft, wichtiger denn je, gerade vielleicht auch in einer Zeit, die sehr heftig ist, im Umbruch. Wir leben ja, das wage ich einfach immer wieder zu sagen, in einer sehr starken Umbruchzeit. Und die Menschheit hat schon immer in Umbruchzeiten gelebt und wird auch immer weiter in Umbruchzeiten leben. Aber das, was geschieht, ist ja immer wieder eine Umformierung. Und gerade in Umformierungen, in Zeiten, die sehr stark sind oder sehr stark davon getragen sind, ist die Herausforderung der Vernunft immer wieder wichtig, um nicht in Einseitigkeiten zu gelangen, die vollkommen abwegig sind und dann wirklich im Chaos enden und all das. Vernunft, wichtiger denn je.